In den Bildschirm, die PSU und die SPD. Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Folge PG Building Simulator. Ja, geilomatico sind wir hier wieder unterwegs. Ja, ich würde sagen, wir verlassen hier mal die Werkstatt und gehen wieder zurück. Wir haben nur 24, nee, 300, nee, nee, 423 Dollar, so sagen wir es. Achso, ja, bezahlen, ja, sorry. Rüstung, kassieren, noch was kassieren. Ich habe alles vergessen zu kassieren. Ja, schau mal, jetzt habe ich hier wieder 827 Money. Oh Junge. Hilfe schnell, ja, Hilfe schnell. Von Butter geliehen, jetzt habe ich von meiner Butter geliehen, das glaube ich jetzt eher nicht. Ja, geil, okay. Okay, das interessiert mich nicht. So, ihre Stromrechnung brauche ich auch nicht mehr. Neue PC-Teile, Asus, ja wunderbar. Danke, Levelaufsteigerung, geil hoch. Level 2. Ho, 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 ho. Äh. Hm, 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 hm. Aha, einen kostenlosen Beziehungsgröße, ah. Okay, 1000 Euro, kann ich das machen? Weiß ich auch nicht. So, egal. Ähm, wir kommen im PC-Geschäft, voll jetzt auch nicht mehr. So, Hilfe. Da ist schon wieder einer mit Hilfe. Während Beseitigung Staubreinigung. Okay, schau mal mal, was hier ist, okay. Schau, schau mal mal, schau mal mal. So, ich habe nur noch einen Auftrag, den ich gerade mache, also wird knapp. So, nächsten Tag hier einmal locker, 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 locker. So, Hallöchen. Wir, ja, man merkt schon, der ist sehr, sehr, sehr verstaubt. Warum wischen ich nur ein Staubladen drüber? Darf man das nicht, oder? Was mache ich? PC reinigen. Die Installierung. Ein Drucklu... Ach, wie geil, der Putz-PC-Simulator. Ach, geil. Ach, erst öffnen. Ja, Entschuldigung. Entfernen. So. So. Auch sehr nice das Gehäuse hier. Ja, meins finde ich immer noch besser. So, jetzt erst mal installieren. So. Macht das was? Ein bisschen was. Ah! Ja, perfekt. Hier oben noch was. Ah, jetzt sieht es wieder richtig schwarz aus. Der wurde noch. Jo, Aschsteibreinigung ist schon abgeschlossen. Dann installieren wir die PC-Teile wieder. Ah, nee, jetzt habe ich die Abdeckung. Da habe ich doch keine Abdeckung abgemacht. Ich habe keine Ahnung. So, einmal... Okay, okay, okay. So. Jetzt einmal die Kabel dran hier. Ja, danke sehr. Und ich habe noch keine Ahnung, wie dieses Projekt bei euch ankommt. Ob ihr es feiert oder nicht. Weil ich nehme vier Folgen an einem Tag auf. Deswegen... Ja, Leute. Ähm, so ist die Welt. Okay. Die Kabel. So sollte man es definitiv nicht machen. So wie ich sie gerade zerre. Okay. Ähm, ähm, okay. Gut, dann würde ich sagen, ähm, einmal Strom an. Okay. Dann einmal wieder Viren scannen. Und dann... Ja, eigentlich nichts. Ach, jetzt habe ich wieder den USB-Stick vergessen. Jede Folge passiert mir das. Ganz ehrlich. Äh... So. Virenscanner. So, während der hier läuft, was muss ich da machen? Ah, ja. Nur noch Viren beseitigen. Okay. Ja, kommen die letzten 10 Kilometer. Schaut da auch noch. So. Neu starten. Okay. Mann, ich will noch die 1000 Dollar in diesem Projekt. Komm, bitte. Ja. 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 Applaus, 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 Applaus. Applaus, 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 Applaus. Schreibt mir gerne in den Kommentar, ob ich weitere Folgen dazu machen soll oder eher nicht. Soll ich es lassen oder weitere Folgen? Lassen, weitere Folgen. Schreibt es unbedingt bitte in die Kommentare. Bitte, weil dann richtet ihr euch aus. Soll ich lieber neue Spiele machen, weil ich habe geile neue Spielauflage, aber soll ich PC Building weitermachen? Bitte, einer schreibt mir bitte in die Kommentare. Und da, fielt euch da bitte angesprochen. Egal, ob es jetzt Banane, Apfel oder sonst wer ist. Bitte, tut es. Okay, ähm, sind wir jetzt fertig? Mach ich mal. Im Lieferbereich platzieren, ja. Mach ich mal. So, hallo. Strom aus. Ja. Wollen wir jetzt nur entfernen? Eigentlich nichts. Also, tschüssi, Koski. So, einmal das Money noch. Hier, so. Äh. Äh. Hey. 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 Sieht wirklich toll aus. Was willst du? Bis Ende? Äh. Muss ich's abschließen? Okay. Also, morgen abschließen. Okay. Staub reinigen. Annehmen. Okay. Was hier? Rechner braucht Updates. Auf 16 Gigabyte RAM. Was ist das? Äh. Das machen wir noch nicht. Was braucht man hier? Äh. Die mag ich. Ich kenn das nicht. Äh. Hilfe. Hier. Wirken beseiteln. Das ist kein Kassieren. Upgrade. Was muss man hier? Hier. Okay. Hilfe. Was wir jetzt hier wieder verwerfen? Okay. Ähm. Okay. Gut. Dann einmal. Ah, nee. Was muss ich jetzt noch kaufen? Ich glaub, weil ich hab jetzt den. Äh. Dann kann man weg. Den hab ich ange... Ähm. Angefordert. Da brauch ich jetzt nichts dafür. Hier eine. Einmal eine 16 Gigabyte RAM. Hallo, hallo, hallo. Speicher. 16 Gigabyte RAM. Äh. Höhöhöhöhöh. Ah. Hier hab ich viele Sachen freigeschaltet. Das sieht geilo aus. Eins. Zwei. Okay. Und einmal kaufen. Ja. Wunderbar. Ja. Und jetzt warten wir bis zum nächsten Day. Einmal hier hin. Und da beenden. Und zur Arbeit. Hier ist wieder einiges eingetrudelt. Angetrudelt. So. Wir machen zuerst das Reinigen, weil... Das war, glaub ich, das... Ja, genau. Das, was wir heute abschließen müssen. Wer... Da weißt du gar nicht, was ich heute absolviere. Okay. Staubreinigung. Einmal installieren. Das hier. Die Schräubchen raus. Schräubchen raus. Uh. 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 Sieht dreckig aus. So. Pressluft. Einmal reinigen. 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 Hier noch ein bisschen. Okay. Hier noch ein bisschen. So ein bisschen. Darf man ja, ne? Muss ich ja. So, äh, hier. Ja, danke, Willi. Da oben, da sieht's noch ungesund aus. Hier noch ungesund. Okay. Das war's. Dann installieren wir die PC-Teile wieder. Die Seitenwand. Einmal rein. Und rein. Die Kabel. Ganz sicher. Hier hin. Das nächste Kabel hier hin. Das nächste Kabel hier hin. Und das letzte Kabel, das für den Strom ist, oder PSU, kommt da hin. So. Strom an. Und USB-Stick rein, bevor ich's noch vergesse. Alter, das war wirklich perfekt. Schick, schick, schick. Äh, äh, äh. Ach so. Jetzt seh ich sein Betriebssystem schon. Also kann ich den theoretisch schon wieder rausnehmen. Ah, mein Tagebuch. Mal schauen. Keine Berechtigung. Ey, ja, was? Gang-Gam-Style. Keine Berechtigung. WWF. Eine Retro-Fest. Ich seh jetzt. Football-Mensch. Eine. Ich nehm ein wenig. Kartoffel-Chip und Knussfellen weg. So, Textdateien hab ich generell eigentlich nicht mehr. Oh, ich hab ihn nicht ausgemacht. Äh, der sah eh aus. Ne, weg damit so. Ähm, okay. Dann machen wir das Upgrade. Erstmal collecten wir hier das Money. Überhitzter, defekter PC. Was muss ich machen? Staubreinigung, Lüftkühler. Ja, annehmen einmal. Braucht Upgrade. Das mach ich. Fehlende Wärme. Aha. Drei mehr. Okay, ja, ist gut. So. Kann ich jetzt hier mein Money? Ja, hier. Danke. Gut. Das hier einmal. Was muss ich machen? Einmal aufrüsten. Ja. Staub wischen muss ich nicht. Okay. Dann einmal das hier entfernen. Vier Schräubchen. Da hat er mir was zu arbeiten gegeben. Ich hab's immer gehasst von PC. die Schräubchen rauszubügen. Also ich hab's aber erst einmal gemacht, also. Von daher. So, was wir jetzt machen auf 16 Gigabyte. Rrrrrrram. Okay. Oben einmal raus. Unten auch. Und raus mit dir. So. Installieren. Einmal Speicher. Oh, Junge, hab ich jetzt viel. 23 Dollar. Einmal Jahr. 7 Dollar einmal Jahr. Okay. Dann tun wir das hier rein. Und das Ding an der anderen Seite. Ne, mach mal hier rein. Okay. Dann einmal installieren wir das noch. So. Okay. Dann einmal die PC-Teile wieder rein. Hier Schraube. Hier Schraube. Hier Schraube. So. Und hier Schraube. Okay. Dann wollte ich hier noch... Das kann ich nicht mehr verkaufen. Okay. Passt zu diesem PC. Was passt denn auch zu diesem PC? Nichts. So. Ich hab auch nichts. Okay. Dann einmal die Maus. In den Bildschirm. Die PSU. Und die SPD. Und die Tastatur. Okay. Strom einmal an. Und... Das hab ich wieder fast vergessen. Oh ne. Doch. Um USB-Stick musste ich gar nicht sagen. Das Sailing-Simulator. Ich hätte jetzt so gern hier den Simulator gezogen. Okay. Programm entfangen wir mal mit dem Machen. War gar nichts mehr. Passt doch. So. Strom aus. Und dann einmal im Lieferbereich platzieren. Okay. Dann können wir uns da schon wieder das Money eigentlich schon wieder kassieren. Okay. Eigentlich verwerfen. Oh, wir haben schon 1000 Dollar. Das Ziel, das ich erreichen wollte. Neue Teile verfügbar. Ja. Danke. Sehr, 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 sehr. Machine Power King 600 oder besser installieren. Kannste vergessen. Okay. Okay. Ähm. Einmal Wärmeleitpaste. Eine Wärmeleitpaste. Was ist das? Okay. Auf jeden Fall war's das von diesem Video von PC-Bewerling-Simulator. Wir genießen uns hier nach diesem komischen Himmel. Wir zum Rollladen. Und ja. Vielleicht war's das auch schon von dieser Serie, was ich eigentlich glaube. Ich glaub, das war dieses Finale. Das war die letzte Folge. Es war jetzt auch kein großes Projekt. Tims super scharfe Reparaturen. Ja. Wird jetzt einmal zugemacht. Für vielleicht auch ein paar Monate. Und vielleicht auch fürs ganze Leben. Und tschau. Tschau. Und ja. Das wäre Credit. Bis zum Willen. Bis zum Willen. Und ja. Und ja. Dass ich mich Claro hat.